No-Content Notizbuch-Cover erstellen mit Canva. Ich will dir mal kurz in diesem Video zeigen, wie du das ganz einfach machen kannst mit folgenden Tools, sage ich mal. Ich nutze hier zum einen Tangent Templates. Warum nutze ich das? Das zeigt mir im Grunde, welche Größe brauche ich für das ganze Cover, für das Inlay und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann hier auf KDP Helper gehen und dann sehe ich schon, okay, Paperback ist standardmäßig das Taschenbuch. Wenn ich für das Hardcover das Design brauche, ist es ein bisschen anders. Paperback lasse ich jetzt mal. Standardmäßig ist so ein Notizbuch 6 auf 9 und 100 bis 120 Seiten. Ich mache meistens 120. Bleed, also Beschnitt kannst du hier no oder yes. Ich lasse das meistens so. und Paper kannst du hier auch noch mal machen. Ich lasse es aber auf White. Dann Continue. Dann wird direkt hier schon das Maß vorgeschlagen. Also wir brauchen jetzt 12,52 auf 9,25 Inches. Ja, das müssen wir uns gut merken. Wenn du mal irgendwann 50 von diesen Dingern erstellt hast, kannst du irgendwann die Zahl in dem Kopf auf die Kommastelle genau. Aber am Anfang kann man hier immer nachgucken und spicken sozusagen, ja. Hier steht jetzt Cover. Interior ist dann 6 auf 9, wie wir es vorhin angegeben haben. Genau. Das Ganze siehst du dann auch in Zentimetern und Pixeln. Aber uns interessieren eigentlich erst mal die Inches. Hier jetzt extrem wichtig und da würde ich echt empfehlen, ladet euch dieses Teil hier runter. Das ist das Template sozusagen. Ich klicke einfach hier drauf oder auf Download. Ich klicke meistens hier drauf und dann seht ihr schon, okay, das wurde direkt runtergeladen. Und dann gehen wir in Canva rein. Ja, mit diesem Template sozusagen. So, wir merken es uns nochmal, 12,52 auf 9,25. Dann gehen wir hier bei Canva rein. Gehen hier auf File und dann New Design und dann auf Customer Design. So, hier hatte ich es schon mal eingegeben, aber okay, machen wir es einfach nochmal schnell. 12,52 auf 9,25. Genau, wichtig hier die Inches eingeben. Okay, jetzt hat das nicht übernommen. Machen wir es nochmal schnell. 12,52, 9,25. Let's go. Okay, Create a new design. Dann haben wir hier unser Design, das wir bearbeiten wollen und können schon direkt dann loslegen. So, das lädt jetzt ein bisschen. Jetzt kann ich folgendes machen. Ich kann mir jetzt hier als allererstes mal dieses Template von eben, kann ich mir jetzt hier rein, drag and droppen. Also einfach reinziehen, ja, und dann habt ihr dementsprechend hier die Vorlage drin. So, jetzt braucht er da kurz einen Moment. Ich mache es gerade nochmal. So, jetzt ist es drin. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, das Ganze nochmal aufs Ganze rüber zu ziehen. Ja, das heißt, wir ziehen das hier so, bis es hier einrastet sozusagen und dann passt es, ja. Und jetzt kann ich hier nochmal Steuerung und das Mausrad dann bewegen. Und dann sehe ich hier, okay, wir haben hier 120 Seiten, White Paper, also Paperback. Und dann hier nochmal das Cover mit den Inches, 12,5,2 auf 9,2,5. Dann sehe ich hier nochmal den Spine, also das ist das hier, dieser Mittelbereich. Und ja, dann halt Trim Size, das ist sozusagen das Format, 6 auf 9 und dann halt noch verschiedene andere Angaben. Genau, also ich kann euch echt empfehlen, holt euch dieses Tangen Templates. Also das hier, das kostet, glaube ich, 50 Dollar oder so einmalig. Also habe ich, glaube ich, damals bezahlt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es aktuell ist, aber extrem viel Wert auf jeden Fall. Das nutze ich fast täglich, wenn ich mit KDP arbeite. So, genau, jetzt haben wir hier die Vorlage, genau, jetzt können wir im Grunde schon loslegen, das Notizbuch zu gestalten. Es kommt jetzt natürlich extrem darauf an, was ihr machen wollt. Wenn ihr jetzt ein einfaches Notizbuch haben wollt mit irgendeinem lustigen Spruch, könnt ihr hier direkt schon loslegen, ja. Ihr könnt hier den Text auswählen, ihr könnt den Hintergrund bearbeiten und dann habt ihr im Grunde schon euer erstes Design fertig. Wenn wir jetzt das mal auf schwarz machen, zum Beispiel die Schrift in weiß, nochmal das mal hier in weiß, ja, dann habt ihr hier schon die Möglichkeit, den Text zu bearbeiten. Mir reicht's, ich gehe, ja, Fahrrad fahren zum Beispiel. Das ist so ein typischer Print-on-Demand-Spruch, kennt ihr ja wahrscheinlich sowieso alle schon. Und, genau, dann könnt ihr hier diesen Spruch sozusagen reinpacken. Natürlich ist das jetzt kein krasses Design, will ich jetzt direkt dazu sagen. Das dient jetzt einfach nur dazu, dass ihr das dann mal seht. Genau, dann können wir hier das dementsprechend von der Größe her bearbeiten. Ich empfehle immer, das schon recht groß darzustellen, weil viele gucken halt am Handy und wenn es zu klein ist, fällt euer Design überhaupt nicht auf. Man kann jetzt hier natürlich noch verschiedene Elemente bearbeiten. Ich kann jetzt sagen, okay, ich will das jetzt hier vielleicht noch in Rot haben, ja, und dann ist das hier in Rot vielleicht das Fahrrad noch in einer anderen Farbe, meinetwegen Gelb oder so. Also, damit es noch ein bisschen auffällt. Genau, hier kann man natürlich auch die Schrift noch ein bisschen anders bearbeiten, dass man es in Großbuchstaben hat. Und, genau, dann haben wir hier das Design oder den Text, ja, ich kann jetzt natürlich noch sagen, das ist mir jetzt hinten noch zu langweilig im Hintergrund. Dann kann ich hier auf Background gehen und dann noch verschiedene, ja, Texturen oder Elemente hier ergänzen. Ich kann jetzt sagen, okay, mach mir das eher so oder so, ja, also verschiedene Sachen. Ich finde das immer ziemlich cool oder das. Jetzt ist die Hintergrundfarbe, das ist natürlich jetzt kein guter Kontrast, sage ich mal. Okay, hier unten steht noch dieser Autorname. Genau, und dann kann ich hier nochmal reingehen. Ihr müsst immer gucken, dass ihr nicht das nehmt, sondern hier den Hintergrund wirklich. Und dann kann ich das hier dementsprechend abändern oder halt hier auch die Dokumentenfarben nutzen. Ich schaue immer, dass es ein möglichst schöner Kontrast ist, dass es sich irgendwie nicht beißt, ja, genau, dass die Schrift einfach gut lesbar ist, so zum Beispiel. Und, ja, dann kann man hier, das würde ich auch noch empfehlen, diesen Rahmen, wenn ihr den habt, würde ich den nach hinten legen und dann, also Position hier nach hinten, backward und dann das Ganze sperren, weil dann könnt ihr das Ding nicht mehr bewegen, aber ihr könnt hier noch weiter arbeiten, sozusagen, ja. Ja, genau, wenn ihr jetzt noch Elemente dazufügen wollt, könnt ihr das natürlich bei Uploads reinladen oder halt direkt hier einladen. Ihr könntet aber auch direkt auf Elemente gehen, zum Beispiel Bike oder, ja, Bike. Und dann würde ich dann immer empfehlen, Free zu nehmen. Und dann kann man jetzt hier zum Beispiel noch so ein Fahrrad-Element mit reinpacken, ja, das kann ich von der Farbe her auch nochmal natürlich bearbeiten, je nachdem, wie ich das möchte. Ja, und dann haben wir dementsprechend hier schon mal das Design. Ist jetzt ein recht langweiliges Design natürlich, ne, aber ihr wisst ungefähr die Funktionen von Canva und könnt dementsprechend jetzt natürlich eure ersten Cover erstellen. Und, ja, vielleicht noch zu guter Letzt ein paar Worte zum Spine. Ihr könnt jetzt hier noch den Spine sozusagen ergänzen. Das geht im Grunde so. Wir haben hier Lines and Shapes. Dann klicke ich mir hier auf dieses Symbol, beziehungsweise dieses Rechteck. Und dann packe ich mir hier den Spine so ungefähr in diesem Style ein bisschen größer noch hin. Ja, und dann sieht das ganz cool aus. Und den können wir dann auch noch von der Farbe her anpassen. Ja, meinetwegen so. Oder schwarz, ja. Spielt da ein bisschen rum und guckt, was sieht einfach am besten aus. Genau. Ja, und dann ganz wichtig, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist jetzt ein Fahrradnotizbuch. Jetzt steht hier ja nirgendwo Fahrradnotizbuch, ne. Das ist ja auch ganz klar. Das ist aber bei KDP sehr, sehr wichtig, dass das auch draufsteht, was im Titel steht. Das heißt, ihr könnt den Titel jetzt noch ergänzen und sagen, okay, Fahrradnotizbuch. Ja, und jetzt kann ich das hier jetzt packen und ganz klein machen und dann in den Spine reinlegen. Ja, 90 Grad drehen. Und dann, ich muss es nicht reinziehen und hier Maßarbeit machen, sondern ich kann auf Position gehen, Center. Und dann, ja, ich mache es meistens Mittel. Du kannst es auch Top machen oder Bottom. Ich mache es Mittel und dann habe ich es hier drinnen. Und dann geht es auch bei KDP durch, weil es steht hier auf dem Spine drauf. Genau. Ja, ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts. Hier am Ende löscht man natürlich noch den Rahmen raus. Ja, ist, denke ich, auch ganz klar. Ja, und dann gehst du auf Download und ganz wichtig beim Download auf Print. Also hier Print, PDF Print. Ja, und dann hast du die PDF-Datei, kannst sie bei KDP hochladen und dann hast du dein erstes Cover erstellt. Und, ja, dein erstes Notizbuch steht in den Startlöchern und du kannst weiter Verkäufe erzielen mit dem KDP-Business. Ich würde empfehlen, probiert euch da mal aus, um sich mit dem ganzen Programm vertraut zu machen. Ja, also die nächste Stufe wäre dann natürlich irgendwie Low-Content-Cover und dann Malbuch-Cover. Ja, also es wird immer komplizierter, aber fangt mit diesen Notizbüchern erstmal an, um euch einfach mal so ein bisschen vertraut mit dem Ganzen zu machen, um die Skills euch anzueignen. Und auch, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel gewesen. Das ist jetzt kein überkrasses Design. Ja, wie gesagt, schaut es euch mal an. Ich finde Canva echt klasse für solche Geschichten. Ich nutze es eigentlich echt täglich, kann man sagen, ja. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, packt die in die Kommentare, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.